Herzlich Willkommen, Wolfgang, Wolfgang Zink, wieder mal bei uns zu Gast. Ich sage es einfach nochmal, wahnsinniger Gitarrist und Head of MGI für 30 Jahre und ja, ein Technik-Monster. Und du hast uns was mitgebracht, was du uns zeigen möchtest bezüglich Alternate Picking. Richtig, ja. Einfach mal ein paar grundsätzliche Gedanken, was das Picking angeht. Okay. Es geht ja irgendwie darum, dass bei vielen Schülern oder Studenten der Upstroke schlechter ist, also Downstroke. Also in der Regel. Und ich wollte einfach mal so ein paar Hilfestellungen machen, ein paar Gedanken dazu, wie man auch den Upstroke bewusst spielen kann. Da gibt es tausend Übungen dazu. Die eine finde ich besonders interessant und wollte ich mal zeigen. Da muss ich erst grundsätzlich mal erklären, wie ich Alternate Picking mache. Und zwar habe ich mein Blacktrum, das ja in einer Ebene liegt, so ein bisschen schräg zu den Seiten, sodass da ein Winkel eingeschlossen wird zwischen Blacktrum und Seite. So, ich würde sagen, 45 Grad sieht ungefähr. Das ist ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, ja. Also es ist, es ist, der fetteste Anschlag wäre natürlich bei parallelen Anschlag, aber um über die Seite besser zu kommen, macht man einen Winkel. Wenn der aber zu steil wird, dann wird der Ton schlechter, finde ich. Jetzt ist es so, was ist die Konsequenz? Wenn ich jetzt hier einen Winkel habe und mein Finger wäre die vergrößerte Seite, dann würde ich ja mit einem beim Downstroke mit dieser Seite des Blacktrums über die Seite streichen. Das ist über so einen Berg, der ja dann drüber geht. Und beim Downstroke mit der anderen Seite des Blacktrums drüber. Jawohl. So, und jetzt möchte ich eine Kontrolle über diesen Anschlag aufbauen. Und dazu gibt es jetzt folgende Übung. Die Idee ist die, dass ich mir erstmal Gedanken darüber mache, wie wirken die Kräfte auf das Blacktrum, wenn ich einen Downstroke bzw. einen Upstroke mache. Okay. Ich spiele jetzt einfach mal ohne Einschränkung der Allgemeinheit das A hier rechts. Und ich mache einen Downstroke. Oder ich deute einen Downstroke an. Das heißt, was mache ich eigentlich? Ich drücke die Seite nach unten und der eigentliche Druck, den ich verspüre, der ist im Daumen. Beim Upstroke ist es... Okay, ich probiere das gleich mal. Ja, gell? Also das heißt, ein bisschen schräg ist es richtig so? Ja, genau. Und dann runter und dann... Genau, und jetzt spürst du den Druck im Daumen, bevor du drüber ziehst. Aber der Daumen berührt nicht die Seite? Oder soll er? Nein, nein, sondern über das Spektrum. Ah, verstehe, ja. Das verstehe ich. Okay. Ja, ich spüre den Druck, klar. Genau, und über den kann man sich mal Gedanken machen, dass man sich einfach mal bewusst macht. Okay, ja. Und dasselbe, wenn man jetzt drüber gegangen ist, macht man beim Upstroke und da verspürt man einen Druck im Zeigefinger. Wo landest du eigentlich mit dem Pick, wenn du angeschlagen hast? Landest du auf der nächsten Seite? Jetzt zunächst mal für... Die eigentliche Übung besteht dann darin, den Ton möglichst kurz zu machen, um diese beiden Drücke, von denen ich gerade erzähle, sich bewusst zu machen. Okay, verstehe. Das heißt, irgendwie wird am Schluss sozusagen so aussehen, dass man sofort einen Gegendruck aufbaut. Ah, okay. Das heißt, ich gehe über die Seite, habe jetzt einen Druck im Daumen und möchte sofort den Druck im Zeigefinger haben. Das ist einfach nur eine Übung, um sich das überhaupt bewusst zu machen. Ich verstehe. Das heißt... So würde man nie spielen. Also ganz wichtig. Also so würde man nicht im reellen Leben spielen, sondern das ist einfach eine Übung, um sich mal, um eine Kontrolle über das Pick zu bekommen. Okay, ich versuche es mal. Also runter und dann gleich wieder den Druck auf den Zeigefinger. Ganz genau. Ja, perfekt. Und merkst du, dass du da die Drücke... Das spürt man normal gar nicht. Normalerweise beim normalen Spiel kriegst du das gar nicht mit. Okay. Und jetzt, wenn man versucht, daraus jetzt das rhythmisch auch zu kriegen, dann hat man mehr Kontrolle über die Kräfte, die da wirken. Das heißt, ich kriege... Dann versucht man mal leise zu spielen. Jetzt mit den Drücken spielen. Genau. Und dann mal ein anderes Tempo, Triol nehmen, irgendwie ein bisschen schneller. Die Kürze, das ist gar nicht so einfach. Das heißt aber, das, was du jetzt gezeigt hast, ist eigentlich nur, um die Sensibilität zu erhöhen für die Seite. Was passiert eigentlich, wenn man die Seite anschließt? Aber im richtigen Spiel wäre das deutlich reduziert. Also dann drückt man nichts zu. Ja, aber es ist einfach eine Übung quasi, um sich auch mal auf den Upstroke zu konzentrieren. Oder was passiert da mit den Kräften? Okay. Eine schöne Übung habe ich noch, die super einfach ist, aber überraschend schwer. Wenn man einfach nur A-Dur mal greift. Ja. Und dann einfach über die Seiten. Im Wechselschlag, jede einfach rauf und runter. Du fängst mit dem Downstroke an. Ich fange mit dem Downstroke an. Down, up. Das ist ganz schön schwer, aber du kannst es super. Das ist überraschend schwer. Ja, interessant. Aber das wäre jetzt so eine Anwendung, wenn man das dann umsetzen will. Also gerade, das ist ja jetzt Alternate Picking bei Seitenwechsel ist das ja im Wesentlichen. Okay. Wenn man das mit der Übung, die ich vorher erklärt habe, kombiniert, zumindest gedanklich, fällt es wesentlich schwerer. Also da habe ich immer wieder Fortschritte entdeckt bei Leuten, die das öfters geübt haben. Okay. Dass dann plötzlich auch solche Seitenwechselanschläge schneller besser wurden. Okay, das heißt, dass der Ton auch konsistent ist. Genau. Das heißt, es gibt keinen hörbaren Anschlagsunterschied zwischen den unterschiedlichen Seiten. Mehr und mehr Kontrolle. Genau. Okay. Gut. Ja, prima. Diese Übungen, bist du selber drauf gekommen? Hast du irgendwo was gesehen? Ich habe über die letzten 30, 40 Jahre abgestaubt. Das heißt, ich habe mir interessiert Gitarristen und ihre Seminare angehört. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich was her hatte. Ich glaube, das war mal Gary Howey, der etwas in die Richtung erzählt hat. Das war auch mal so ein eigentlicher Metal-Gitarrist. Ich denke, und der hat mich so ein bisschen sensibilisiert, über diese Drücke nachzudenken. Okay. Und weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was jetzt auf meinen Wiss gewachsen ist und was ich mir da zusammengeschaut habe. Ja, man schaut sich ja was an, dann untersucht man auch mal sein Spiel, das man ja schon seit Jahren hat und sagt, wie mache ich das eigentlich? Ja, viele Dinge tun wir als Gitarristen und wissen eigentlich dann nicht mehr so recht, wie wir da hingekommen sind, oder? Ganz genau. Also mit der Zeit verändern sich auch Dinge, ja. Da habe ich halt jetzt schon relativ viel Erfahrung, dass ich halt immer wieder auch Studenten beobachten konnte, was funktioniert. Und also das ist eigentlich eine gesunde Übung. Es gibt so eine Kategorie von, das ist ja nicht besonders spaßig, sowas zu üben, muss man gestehen. Also es gibt noch schöneres. Da gibt es irgendwie so eine Kategorie von unspaßigen Übungen, die aber tierisch gesund sind. Ein Weiterbringen einfach. Ja, man muss es ja nicht dauernd machen, aber sich einfach mal das bewusst gemacht zu haben und dann mal irgendwie darauf zurückzugreifen. Da ist einfach das Motto, mehr Wissen ist halt da besser. Prima. Du, vielen Dank für die Tipps. Und ich würde sagen, wie immer, Kritik und Anregungen, Kommentare, Schreiben. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Und wir werden mal hoffentlich uns bald wiedersehen mit einem neuen Thema. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist überraschend, gell? Ist das schnell? Ja. Das macht's wahrscheinlich das nicht sourer. Ich habe ihn. Bis zum nächsten Mal.